Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 24 Karriere. So, Heil möchte spielen, dann lassen wir den auch mal ran. Es geht gegen Union, aber es steht noch was viel Wichtigeres bevor. Hier, wenn wir heute gewinnen, wir haben nur ein Tor weniger von der Tordifferenz her. Dann haben wir es geschafft, dann sind wir Erster. Gegen Union muss der Sieg kommen, dann sind wir Tabellenführer. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, das wäre ein Ding. So, dafür muss es aber heute auch mal klappen. So, Huck bekommt mal seine Pause. Kann ja auch mal aussetzen, wahrscheinlich wird dann direkt wieder gemeckert und gejammert. Wer kennt es nicht? Ich meine, wir wissen ja alle, wie es ist. Dann fangen sie alle wieder an, am Rad zu drehen. Oh, einmal nicht gespielt, hier und da. Wir alle wissen es. Vor allen Dingen habe ich wirklich, wie gesagt, das Händchen für die Jammerlappen im Fußball. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Hallo und herzlich willkommen liebe Fußballfans daheim an den Geräten. Ich begrüße Sie hier im Stadion an der alten Försterei. Wolfsus und Frank Buschmann werden sie auf heute durch das Schmiel begleiten. Das hört sich schon gut an und sind sie möglichst schon auf Seiten von Union. Könnte eine klasse Partie werden. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein... Aber warte mal. Ich muss gerade mal das Fenster zumachen, Entschuldigung. Boah, hier die Invasionen losgehen. So. Kann es weitergehen. Ich glaube, diese Perspektive, die Erfindung Gottes, Stechmücken, Stechmücken und Zecken, wer oder Wanzen, was es auch immer alles gibt. Das sind so Sachen, wo ich mich heute in dieses Spiel... Ich frage, was hat sich in der Natur da bei mir gedacht? In dieses Spiel. Fünferkette. Oh. Haben wir ein Glück. Das gibt es gar nicht. Sprengt der Ball ins Aus. Nein, also das sind wirklich so... Die Tiere normal sagt man ja immer, jedes Tier hat eigentlich seinen Sinn oder seinen Platz in der Nahrungskette. Aber wie gesagt, was der Sinn von Zecken, Stechmücken und Co. ist, das frage ich mich echt. Er sucht die Chance. Ich weiß, ich könnte es wahrscheinlich einfach googeln. Boah. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Oh, war noch abgefälscht. Da kann er jetzt erst mal klären. Boah, legen am besten noch weiter vor heil. Ein Heimsieg zuletzt und auch heute spielen sie ja natürlich wieder auf Sieg. Klar, wir spielen ihn auf Sieg. Hätten Sie auch klarer als 2 zu 1 gewinnen können. Aber wir haben es jetzt hier auch wieder direkt schon Union mit dem Pfostenkracher. Oh, schön. Und jetzt in den Winkel. Tor. Reiz macht's. Da ist die Führung. Es geht Richtung Meisterschaft. Ja, der Winkel war es nicht ganz, aber die Richtung hat gestimmt. Erste Saisontritt für Reiz in der Bundesliga. Oh, uuuh. Ich hätte gedacht, er hätte mir Führung. 1-0. Ich hätte gedacht. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau wichtig. Und jetzt ist der Platz da. Aber ich muss sagen, die Bundesliga ist echt bis jetzt eigentlich eine Enttäuschung. Also ich habe nichts geändert, Schwierigkeit oder sonst irgendwas, aber ich fand es in der 2. Liga doch deutlich schwieriger. Da hatten wir doch deutlich mehr Durchhänger wie bis jetzt hier. Das einzige Problem, was wir hatten, waren wie gesagt mit zwei kleineren Vereinen da unten, wo wir in der Hinrunde so ins Straucheln gekommen sind und gegen Bayern. Beim Rest hatten wir keine Probleme. Mit den Kleinen hatten wir noch ein paar Probleme und im Endeffekt mit, und jetzt drei, oh, das wäre es nicht gewesen. Aber es ist noch die Chance. Echte Gefahr kommt ein Nächster. Und mit Bayern, aber ansonsten glaube ich, hatten wir damit gar keine Probleme. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Na, den musst du ja erstmal halten. Da musst du überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Super Aktion, gut geklärt. Drehball holt er gut verteidigt. Schade, jetzt wollte ich noch mit Reiz. Jetzt habe ich natürlich mit Reiz hier das 3-0 zu machen. Und auf Halsam. Chancen erarbeiten. Chancen machen. Dann hast du eine deutliche Führung. Oh, aber nicht so was. Der Zorn fernand ist am Ball. Und das könnte jetzt rot gehen. Oh. Aber ich muss das Fenster trotzdem wieder aufmachen. Auch wenn die Stechmücken kommen und du es rot. Oh, jetzt war mal. Das war die Verhinderung einer klaren Torchance. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Das ist einfach zu warm. Scheiß auf die Stechmücken. Elwedi mit der roten Karte. Ja, er kann diese Entscheidung überhaupt nicht verstehen. Rote Karte, das ist bitter. Da muss er reagieren. 60 Minuten in Unterzahl. Jetzt wird es wirklich interessant. Elwedi. Das war natürlich gar nichts. Ja, jetzt müssen wir natürlich rotieren. Tut mir leid für Trisoldi. Der wird jetzt hier leider Gott der Leidtragende sein. So, ähm, so nicht. Ähm, Trisoldi, so. Dann bringen wir Beifuß rein. Ich stoße zum Vergessen. Das können sie besser. Was viele schon erwartet hatten. Das habe ich nicht. Das wäre gar nicht gesehen. Der wird den Club verlassen. Der Wechsel steht jetzt fest. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz großer werden. Er hat eigentlich alles, was du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Ein. Bradley. Wenn es mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Jetzt der Schuss. Souverän, wie sie das hier machen. Nächstes Tor, dritt der Ball. Die Flucht damit, drei Tore. Aber wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Sie verlieren hier den Ball. Oh Mann, nee, wäschte. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Oh Mann. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Oh, leck mich doch am Arsch. Pass kommt nicht an. Den hält er natürlich. So, da bin ich wieder. Sorry, ich habe irgendwie heute unfassbare Probleme mit dem Tor. So, Enke kommt. Es kackt hier die ganze Zeit ab. Beziehungsweise mit dem Internet. Ich habe ein paar Probleme. Ich habe bei dem Wetter auch keinen Bock mehr. Das Pressing ist da. So. Und jetzt habe ich das Tor natürlich nicht gemacht. Nicht kommentiert. Ja, schönes Tor übrigens. Wir führen 3-0. Also von Mainz kommt da auch nicht so viel. Also wie gesagt, sorry, dass nicht immer meine Stimme da ist. Jetzt kommt die Flanke. Chance vielleicht. Abwehr ist da. Hier in der Folge. In der nächsten wird es dann hoffentlich besser. So, Pause. In dieser Partie. Nach Durchgang 1 liegen die Gäste vorne. Sie liegen hier klar vor. Ja, 3-0. Jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie nochmal ins Spiel zurückkommen. Ja, normalerweise müsste eigentlich Mainz... Äh, Union. Was sage ich? Was habe ich denn mit Mainz? Müsste Union hier eigentlich mehr machen. Ein Mann mehr. Der Ballgewinn durch Union Berlin. Sie bekommen den Einwurf. Schön von Bradley. Klebt ein Wurf. Kommt sie. Erstmal Ballverlust. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Oh, das reizt. Ja, schadisch. Ecke kommt's. Gefahr bereinigt. Ball wird rausgespielt. Benes. Ist das das Tor? Wahnsinn. Gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig. Wahnsinn. Ecke ins Zentrum. Da passt er auf. Ball geklärt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Viel vorwärts dran geht's. Da ist er aufmerksam. Schade. Wie gesagt, ich möchte es eigentlich gerne mit Reibs schaffen, den Hälfte zu machen. Da kann er jetzt erst mal klären. Aber jetzt soll es nicht so sein. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Hartes Einsteigen. Das riecht nach Platzverweis. Das ist der Zweite, aber ich kann nicht gehen lassen. Wir sind überlegen für und deutlich. Also fast schon unnötig die Aktion, ne? Ja, guck mal, der Trainer ist sauer. Das müssen sie natürlich anders lösen. Gerade bei dem Spielstand. Sieg ist. Wobei ich jetzt natürlich das Problem habe, dann nachher, den sind die auch fürs nächste Spiel gesperrt, ne? Das ist meine ganze Innenverteidigung, fällt quasi aus. So weit habe ich dann doch nicht gedacht. Ah ja, ups, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, wir wechseln gerade nochmal durch. Ähm, ja. Frank Hara, du musst leider dann raus. Leider Gottes. Ähm, ja. Machen wir es so. Machen wir es so. Oh, und dann der Brodowski noch einmal für Ben Ness. Aber ungefährlich. Freistoß aus der Distanz. Was man nicht alles für zu Null macht. Aber wie gesagt, äh, von Union... Gefährliche Szene. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Von Union kommt da echt nicht viel. Spätestens jetzt müsste ich eigentlich das Blatt des Handelns in die Hand nehmen. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Gefährlicher Schuss. Guter Ball, aber knapp daneben. Wir haben einfach keinen Sturm mehr. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gefährlich, der Stahlpass. Oh, abseits. Schade. Schade, schade. Die Jogolete. Die Jogolete. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Die Situation wird erstmal geklärt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ah, schade, Grudowski. Das wäre es jetzt gewesen. Wie viele rote Karten darf man denn eigentlich in einem Spiel bekommen? Und damit ist der Ball weg. Alex Krall. Ja, guter Stahlpass hier. Guter Stahlpass. Oh, kein Tor. Da hatten viele hier schon den Torschrei auf den Lippen. Ja, ich habe es auch schon. Es gibt eine Auswechslung. Ja, nicht gefühlt. Das Gegentor. Boah, schöner Ball auf Grudowski. Ah, leider geblockt. Klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Ah, Ballverlust. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und zack, 4-0. So irgendwas ist hier in der Bundesliga absolut falsch. Tor im 1 gegen 1, wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalm, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall Tabellen. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey, hey. Demin spielen wir ihn jetzt? Ja, auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Da ist unsere ganze Innenverteidigung nicht da. Sie holen sich den Ball, und zwar durch dieses frühe Pressigen, weil sie sie da früh unter Druck setzen. Ja, energischer Vorsicht. Ja, klasse. Zurückgespielt. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste haben gewonnen. Klarer Sieg, also ein Tor schöner als das andere. Ja, wir haben es geschafft. Öl. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ja, Weifus muss natürlich einspringen. Der wird auch dann im nächsten Spiel gesetzt sein, tatsächlich. Äh, ja, Fehler passieren halt. Vielen Dank für diese Aussagen. Ja, gern geschehen. Kein Problem. Jetzt geht es gegen Wolfsburg. Zwei Chats, vier Nachrichten. Gegen Wolfsburg geht es jetzt. So, wir sind auf jeden Fall Tabellenführer. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey. Hey. Und spielen jetzt gegen Wolfsburg. Wir schauen gerade mal, was hier Neues gibt. Äh, Info, Spieler gesperrt. Spieler gesperrt. Ne, jetzt ist es ein Bauer. Möchte spielen. Okay. Okay. Dann werden wir in der nächsten Folge ein bisschen rotieren. Ist ja sowieso die Hälfte gesperrt. Dann können wir auch ein bisschen rotieren gegen Wolfsburg. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.